So, willkommen beim Blinker-Magazin. Blinker ist eine Angelzeitung. Hier seht ihr zwei Fische. Die wohnen hier ganz neu. Wir wollen mal gucken, ob man die vielleicht angeln kann. Wir setzen die danach dann natürlich wieder zurück. Haben auch gar keinen Haken. Das ist nur mehr so ein... Ach nein, wir angeln sie und wir werden sie wahrscheinlich auch essen. Die Zwerge. Die werden die kochen und essen. Aber wir müssen das machen, um voranzukommen. Ist halt eine harte Zwergenwelt. Ich glaube, irgendwer hat auch mal vegetarisch Minecraft gespielt. Das war bestimmt der Unge oder so. Auf jeden Fall hier... Ich finde, es sind Pixel. Das ist meine Ansicht zu Videospielen. Da kann man dann auch mal Fische fangen. Finde ich okay. Auf jeden Fall sind wir bei Craft the World. Hier ist das Riesen-Stollensystem. Wir haben schon ganz viel geschafft. Nein! Ich habe schon wieder die Geräusche nicht ausgemacht von Steam. Ich hoffe, der schreibt jetzt nicht weiter. Tut mir leid. WhatsApp habe ich aber schon ausgemacht. Manchmal lerne ich ja auch ein bisschen. Komm, wer angelt jetzt? Hä? Es muss doch einer angeln kommen. Ich habe es doch versprochen. Wir machen auch extra ein Angelportal. Angel habe ich doch gemacht, oder? Ich mache mich auch noch angeln. Witzig, hier keiner? Keiner? Anyone? Ich habe es extra angekündigt. Hallo? 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 Ja! Ja! Nein! Ja! Ja! Nein! Kannst du da nicht durchangeln? Oder was? Ist das dein Ernst? Wirklich? Das wäre ein Skandal. Kann... Nicht? Können wir nicht durchangeln? Liegt das wirklich daran? Ist das euer Ernst? Ich habe doch Angeln gebaut. Da sind die Angeln. Die muss ich auch nicht ausrüsten, oder so. Das bin ich mir relativ sicher. Sehr sicher. Äh... Habe ich einen Angler? Habe ich ein Angelbuch? Das sehe ich hier gar nicht. Hier, Bogenschütze könnte es natürlich auch noch Angler werden. Schwimmer? Nee, nee. Mist, Mist. Geht das echt nicht? Wenn ich jetzt hier... Oder muss der mehr Wasser rein? Ich glaube, der muss mehr Wasser rein. Damit die... Oh, es ist... Hättet ihr gedacht, dass das so viel Mühe macht, so ein Teich hier zu haben? Ist schon... Oder hat so ein Koi-Karpfenteich? Das... Ganz viel Arbeit. Ja, nichtsdestoweniger... Was wollen wir denn heute noch machen? Wir müssen endlich mal hier vorankommen, ne? Wir müssen mal hier Getreide an den Start bringen und so. Das behalten wir aber mal im Bild hier. Es geht natürlich nicht weiter, wenn ich hier wieder im Menü rumäumel. Ach, hier, wir müssen noch ein... Und dann bauen wir noch eine Falle, oder? Noch ein Schloss. Sehr schnell gemacht. Zack. Eine Falle haben wir schon, aber wir wollen ja noch mehr Viechzeug fangen. Später, wenn wir dann mal eine Farm haben. Ich hoffe, ich habe mal Getreide. Kein Getreide? Doch, das ist... Hier ist es... Jetzt bin ich... So, da. Und ein Blatt. Und ein Korn. Und... Bänder. Und ein Schloss. Also für die Leute, die das jetzt auch noch nicht auf dem Schirm haben, man baut hier immer so ein bisschen das nach, ne? So eine Falle, die ist aus Holz und Bändern. Das ist so zusammengedengelt. Unten drin sind Blätter und Körner, um die Tiere anzulocken. Damit die nicht weglaufen, ist ein Schloss. Da wird ein Schloss dran sein. Im Schlösser knacken sind so Tiere. Achso, wenn sie gut im Schlösser knacken wären, wäre so ein Schloss natürlich auch Quatsch. Aber... Ich denke, man wird es auch einen Bindfaden tun. Wo seid ihr denn eigentlich alle, die ihr schlaft? Ich habe... Habe ich euch so viele Aufträge gegeben? Ist doch eigentlich gar nicht wahr, ne? Was ist hier? Wofür wir das wohl brauchen später? Ne? So. Das noch? Hallo? Was? Hä? Hä? Kann ich hinbauen? Warum nicht? Wisch. So, Michi hier, wieder ein Portal für dich. Ne, ein Portal. So. Ersetzen. 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 Wie sieht das aus? Kommt hier mal Wasser an den Start? Mehr Wasser hier rein, bitte. Das muss natürlich da hinten hin. Der Teich treibt mich langsam in den Wahnsinn. Vielleicht muss ich... Vielleicht können die nicht durch die Brücke angeln. Was ist das? Ich will das jetzt nicht wegreißen. Oh. Oh, das ist doch ein schöner Baum. Den müssen wir mal fällen. So, das müsst ihr uns wieder ein Level abgeben hier. Dä, dä, dä. Tomata! Oh. Fortgeschrittener Bau. Dankeschön. Den haben wir fertig. Ach, jetzt können wir noch mehr Deko-Kram machen. Ja, wir müssen nämlich angeln, um hier die Angelei immer voranzutreiben. Dann können wir so neue Sachen kochen. Und wenn wir das haben, dann geht es auch schon zur Landwirtschaft. Gibt es dann auch schon die kleine Farm. Dann gibt es auch schon die Farm und den Zauberwald, was der wohl macht. Und da kommt ein Holzturm. Der ist bestimmt dieses erste Abwehrding. Ich glaube, das hatte ich noch. So weit war ich auf jeden Fall. Ach, und neue Betten wollte ich ja auch noch machen. Man kommt zu nix, ne? Man kommt einfach zu nix. So, Jungs. Noch ein bisschen Wasser, damit wir hier mal losangeln können. Wenn das dann wieder nicht geht. Was ist mit dir? Kollege? Ins Bett. Und essen. Ne, Bett. Essen und... Uh. Apropos... Nein. Bett. Soll es ins Bett gehen? Ja, ab in... Ab. Ab in die Falle! Zack. In die Haier. Ja, heute gibt es mal ein bisschen Salat. Beschweren die sich wohl eigentlich, weil man die immer nur eine Sache essen lässt? Ja, probieren wir später mal mit Bier. Wird nicht dann aufregen. Geht ja gar nicht mehr. Oder? Jungs? Oder weil das so groß ist? Das ist deswegen, ja? Eieiei. Geht mir bald noch das Wasser aus. Oh. Ich habe zugemacht hier. Bei dem Angriff, ne? Oh, jetzt ist das da runtergeplatschert. Ach, wenn man die zumacht, läuft das da nicht runter. Hier unten steht es schon. Eieiei. Keine Party ohne Städtisch. Ähm. Oh, wir können Stuck. Oh, hier fallen die Schnecken durch die Gegend. Oh, was bist du denn? So ein Krabbelpfeffer. Es tut mir leid. Hier muss ich echt mehr mit Portalen machen. Das ist echt sonst großer Unsinn. Ich bin ja eine Stunde unterwegs. Ich fahre mir hinten. Silber ersetzen. Alles ersetzen. Aber Mitril? Habt ihr schon Mitril gesehen? Jawohl, das coolste Metall, was es so gibt. Ich mag ja tatsächlich... Das hat ja auch damit zu tun, dass ich dieses Spiel so mag. Aber, ähm... Nee, Moment. Wenn das Silbererz ist... Ich mag ja Zwerge total, ne? Ich finde Zwerge einfach cool. Zwerge sind das coolste Fantasy-Volk, was es so gibt. Klar, mag auch coole Elfen geben und so. Menschen in Menschen finde ich aber super langweilig. Dann spiele ich sie. Ah. Spiel. Ich bin eigentlich nie Menschen. Wenn es gibt, spiele ich Zwerge. Auf anderem, was ich für eine Klasse spiele. Aber manchmal... Ab und zu finde ich Elfen auch mal nicht uncool. Aber meistens dann doch die coolen Zwerge. Klasse bin ich aber total offen. Magier cool. Bogenschütze finde ich auch cool. Was ist denn... Was? Ist ja eher weniger geworden. Habt ihr das... Oh. Nee. Hab ich das sammeln lassen, oder? Leute, was ist hier los? Was passiert hier? Müssen wir das noch weggraben? Wer denn? Jetzt hab ich das groß angekündigt. Das hat alles geklappt, dass hier auch Fische eingezogen sind und so. Und dann ist Samuel gestorben und... Das ist vielleicht die traurigste Folge der Welt. Hier sage Angeln. Das dann. Wir machen das jetzt hier noch weg und dann gucken wir, dass da noch mehr Wasser reinkommt. Wo ist denn mein ganzes Wasser hin? Ich hab hier tonnenweise Wasser, hab ich dir da rein schippen lassen. Nee, wir machen das anders. Wir können das obendrauf machen. Kannst ja dann irgendwo anders hin. Ja? Lass da nicht irgendwie wegglitschen, oder? Jungens! Ich weiß, ihr habt unten viel zu tun. Aber wir müssten da oben auch mal... Wir müssten da auch mal in die Kontakte kommen. Oder nicht? Kandal, dass das hier vorangeht. Wir müssten eigentlich schon... Wir hatten schon eine Welle mit so Super-Äumels. Das ist schon Folge 10. Das sind... Das sind... Das sind... Tausend Minuten schon. Das sind ja 80 Mark. Das sind ja 74 Euro. Und ich dödel hier rum. Eieieiei. Mehr Portale. Mehr Portale. Wir müssen jetzt hier mal... So, aber wir müssen angeln. Jetzt ist es gestiegen. Ich hab's gesehen. So, wir angeln in unserem Teich. Ich seh das überhaupt nicht ein. Dass wir hier fremd angeln sollen. So, immer rein mit dem Wasser. Immer rein. So will ich das sehen. Schön. Ja, so. So, jetzt steigt das nämlich auch mal hier. Komm. Na. Noch ein bisschen. Hä? Hat jemand mitgezählt? Sonst ist das Wasser ausgegangen. Das ist natürlich... Bitte. Ist mir ganz egal. Ich hol das Wasser jetzt hier oben weg. Bin ich jetzt eigen? Ja. Jetzt ist es nochmal gestiegen. Jetzt bald. Haben wir doch hier die kritische Masse erreicht, oder? Herr Zwerg. Bitte. Jetzt muss hier nur einer rauskommen und sagen, hier. Geil. Angeln. Ja. 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 Nein. Du gehst Wasser holen. Ich mag euch jetzt hier einfach überall angeln. Oben, unten, vorne, hinten mit Senkblei. Ohne. Nee. Nee, wo willst du hin? Wo willst du denn hin? Da unten bringst du jetzt die Leiter hin. Ah, hier kannst du aber auch gleich mal das Wasser sammeln. Wir brauchen ja Wasser. Ein völlig abgefahrenes Wasserprojekt. Eieiei. Vielleicht werde ich ein verrückter Diktator. Hier die armen Zwerge. Ich nutze mal im bloßen Vergnügen. Schuften lasse. Wenn ich hier ein Badeteich habe. Ja. Ich raste aus. Nein. Oh nein. Ich bin. Oh. Ich bin der dümmste Gottkönig der Welt. Er hat geangelt und ich habe es abgebrochen. Hallo zurück. Zurück. Kommando zurück. Bitte angeln Sie. Nee, nicht abbauen. Angeln. Es geht. Leute. Wir haben es rausgefunden. Es geht. Definitiv. Er kann geangelt werden. Liebe Zwerge. Ja, jetzt hier noch. Ist auch alles super wichtig. Und ich klicke auch immer noch mehr an. Ich lerne es halt auch nicht. Nee. Falsch. 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 Dafür haben wir bald einen richtig schönen Stollen. Oh, was. Mal einen Stollenpreis gewinnen. Unser Stollen soll schöner werden. Löcher drin. Egal. Hier noch ein Portal. Zack. Und. Hier muss doch mal einer wieder. Kommt schon. Hat Angeln so wenig Priorität bei euch? Es soll doch auch beruhigen. Bestimmt auch gesund. Aber für die Fische bestimmt nicht. Aber für euch. Mal eine frische Luft. Hier. Nicht immer nur mit einem stickigen Stollen. Das ist kein Anagramm. Was ist das da? Nee. Wortfindung. Alliteration. Das ist eine Alliteration. Stickiger Stollen. Für stumme Stöpsel. Keiner gesagt, dass das Sinn ergeben muss. So. Licht brauchen wir auf Dauer natürlich auch noch. Aber noch hier zwei. Zwei. Tegen. Würde ich immer sagen. Zwei Bücherregale. Ist denn hier eigentlich die Phase? 43 Prozent. Ja. Da ist er. Da ist er. Der Mann weiß, wie man sich entspannt. Bron. Bron hat. Dankeschön. Dankeschön. Wir haben geangelt. Ich habe es geschafft. Ich habe in einer Folge angekündigt, dass geangelt wird. Und es wurde geangelt. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Das ist ja der Kracher. Gar kein Köder. Ich hatte es gesagt. Und jetzt ist der Fisch auch weg. Hier hat Bernd den Fisch gefangen. Bernd? Hatte ich Bernd? Nee, Bert. Bert, der Fisch. Aber er filetiert den auch direkt. Oh. Das war auch echt ganz knuffig animiert. So. Mein Haus komfortabler gestaltet. Ach, das waren die Bücherregale. What? 13.000 Erfahrungspunkte gab es dafür. Alter Lachs. Cool. Ich brauche auch 130.000. Da kann man auch mal ein bisschen... Da einen raushauen. Aber... Ja, das ist ja ziemlich cool. Dann können wir ja hier... Wissen wir jetzt ja... Das geht. Das müssen wir jetzt auch nicht mehr füllen hier mit Wasser. Ja, weil... Da regnet ja jetzt ja auch bestimmt bald. Hier mehr mit Portalen arbeiten. Das ist wichtig. Und wir wollen ja mal was schaffen. Hier könnte auch mal was wegholen. Oh, Gold. Komm. Leute, wir haben noch nicht einmal Gold geholt. Wir sind ja Zwerge. In Fantasy-Welten darf man auch mal mit Stereotypen arbeiten. Ich gehe davon aus, dass meine Zwerge goldgierig sind. Bin ich ja in der Rolle des Zwerges auch. Vielleicht sind nicht alle Zwerge goldgierig. Will ich denen nicht vorwerfen. Aber der ist hier direkt angeflitzt gekommen. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass der auch richtig Bock darauf hat. Haben wir, glaube ich, noch nicht gefunden, oder? Haben wir schon Gold? Wie wird denn das aussehen? Gold wahrscheinlich, ne? Bö, 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 bö. Nadelkristall. Ne, haben wir nicht. Jungs, ihr müsst das dann auch mitnehmen, ne? Ich sehe gar nicht, wie wertvoll das. Leute, damit zahle ich eure Rente. Wenn ihr mal keinen Bock mehr habt. Und sagt, ihr, weil es lange genug bronnen der Zwerg, dein Arbeitslakei. Ich möchte jetzt mal was anderes machen. Bitte. Doch ich. Hm. gierig. Wenn ich denen immer so viele Aufgaben gebe. Dann kommen wir morgen hier noch nicht fertig. Ich finde das immer so schön, die Schächte auch zu verbinden. Können die gar nicht ackern, die Armen? Ich glaube, ich brauche noch mehr Bergzwerge, oder? Ist wohl offensichtlich nichts. Öh! Fackel? Fackel? Oh, 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 oh. Sind wir mal ein bisschen vorsichtiger. Das riecht mir doch nach... Gefahr! Riecht ihr die Gefahr? Riecht ihr die Gefahr? Hier, was soll denn der Geiz? Wir haben 17 Gold. Jetzt doch mal wirklich egal. Einfach mal drauf... ...randaliert. Wir kaufen... Hier ist das dabei. Wir kaufen jetzt einfach noch zwei so Bergwerks... Oder? Das machen die den ganzen Tag. Ist ja überhaupt kein Problem. Komm, einen Angler gönnen wir uns noch. Dass da einer wegholt, bitte. Hält der eigentlich immer noch? Ne. Wir haben ein bisschen gedönst verloren. Ja, okay. Das ist hier so eine Stinkemade. Mhm. Mhm, 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 mhm. Die wollen meine Edelsteine fressen. Finde ich nicht so gut. Äh, überall Portale. Ah, na, ohne Ende. Was ist dein Problem? Hier, komm. So. Wie bist du da hingekommen? Durch ein Portal? Und dann hast du vergessen, dass da ein Portal war? Wissen wir nicht. Erstmal haben wir die Leiter. Ne, oh. Ist das hier Leitern verschlingt? Ich hab ja schon mal gesagt, ich hätte ja gern so einen Aufzug. Ich hab schon mal, was hab ich denn? Ich hab irgendwo auf dem Handy hab ich mal so ein Spiel gespielt. War eigentlich genauso, nur viel, viel simpler. Die hatten später so einen Düsenaufzug. Geil. Das dauert ja hier tausend lange, bis die starten. 30 Minuten. Ich dachte gerade, die Monster kommen schon wieder. So, hat das hier mal einer geholt? Bitte. Ja, schön. Das Wasser, das hätte ich auch gern hier. Alles mal einsammeln. Wir haben kein Wasser mehr. Ja, wir müssen später noch mehr Lehm machen. Lehm macht man, indem man Erde und Wasser kombiniert. Hast du überhaupt Lehm? Ja, ich glaube, das kann man dann brennen. Ich glaube nicht, dass man in Wirklichkeit auch so Lehm macht. Also Lehm ist nicht eine andere Zusammensetzung. Gucken wir Chemiker zu? Oder Geologen? Ja, ist bestimmt anders. Das war ein Portal, so. Wenn das dann jetzt der Miner ist. Ach, der Miner. Das wollte ich machen. Kletterer, das braucht kein Mensch. So, Magier und Koch. Hier, Bogenschütze. Und Angler. Das passt gut zusammen. Haben wir noch wen, der noch nicht so richtig viel kann? Schmied und Bergarbeiter. Bergarbeiter soll ja eigentlich mehr so unter Tage sein. Das machst du. Weil der Schmied, der hängt ja eigentlich eher oben an der Esse rum. Aber wir haben auch zwei davon, ne? Komm, hier. Was? Ne, der braucht eigentlich noch eine Kampfprofession hier. Noch ein Magier? Aber der kann ja noch gar nichts. Wimmer Tischler, der muss eigentlich auch arbeiten. Der auch. Etterer Krieger. Der kann auch noch. Ich bin jetzt mal richtig ausrasten. Ich bin gespannt. Hier war doch eine Fackel. Und Fackeln sind doch nicht... Und ich... Oh, da ist auch eine Leiter. Oh! Oh, 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 oh! Das ist die Folge. Ja, komm. Das nehmen wir noch mit. Ist es richtig? Nein, das ist falsch. Ähm... Hier müssen wir lang. Jetzt könnte uns wirklich gleich die zwergische Gier zum Verhängnis werden. Ich will das Mitril haben. Ich glaube, das muss... Ist das Mitril? Oder was ist das? Oder ist das noch was anderes? Hier machen wir erst mal nochmal wieder zu. Oder habe ich Angst? Oder nicht? Und zur Feier des Tages machen wir das selber. Ja, zack. Hopp! Warum dauert das lange? Wir wollen hier an das Mitril. Oh, aufregend. Hm? 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 Nein. Oh, ich bin auch ein Trottel. Ich will immer mit WASD, hier ganz normal Shooter-Steuerung, bewegt man normalerweise die Kamera. Und wenn ich den Zwerg steuere, bewege ich damit den Zwerg. Und ich wollte jetzt... Oh, 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 oh. Okay. Alles noch safe aus. Machen wir das mal schnell. Hm? Ja, super. Okay, wenn man das selber macht... Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Das selber? Ne, das machen wir nächstes Mal. Ich hab Mitril versprochen. Vielleicht schafft's der Johnny da hinten. Hm. Ah, Leiter. Leiter ist ne Idee. So, hier hoch. So, hier geht's rein. Wir wollen noch einen Mitril haben. So viel Spaß muss sein. Zeit. So viel Zeit muss sein. Wird angegriffen. Ist schlimm? Oh. So einer. Und so einer. Ah, kommen wir durch. Wie tief das ist. Nein, Johnny. Ah. Jetzt müsst ihr kämpfen, oder was? Oh. Hä, wie? Warum hat er sich jetzt einfach eigenmächtig... Hat er beschlossen, dass er nicht mehr hier mein Superzwerg sein will? Bin ich jetzt ein bisschen eingeschnappt? Ich hab's versprochen. Ah, wir sind schon bei 22 Minuten. Komm. Komm, einer ran. Jetzt, komm. Hier, einmal, einmal hier. Das ist Silber. Das muss doch Mitril sein. Komm. Johnny, komm. Ja, komm. Ah. Ja. Ah. Das ist auch, glaube ich, mein Bergwerkszwerg, oder? Prong. Prong ist Bergarbeiter. Der rastet jetzt da völlig aus. Före ich euch. Der kann das viel schneller als die anderen. Hat's noch nicht gelevelt. Wahrscheinlich ist es gelogen, aber... Super, Prong. Oh, jetzt kommen sie von beiden Seiten. Das ist tatsächlich die... ...aufregendste Bergbau-Simulation aller Zeiten. Warum braucht... Bergarbeiter plus eins. Zack. Der levelt auch direkt dabei. Der geile Typ. Wetten, dass er jetzt... Oh nein, oh nein, oh nein. Der fällt da jetzt gleich runter und dann schreit er wieder. Wir müssen das schon mal hier vorbereiten. Wenn das weg ist, muss ich direkt da unten was hinbauen. Stopp. Ja, er wollte nämlich weggehen. Ich hatte es schon geahnt. So. Guck dir, er hätte es jetzt auch nicht gemacht, ne? Muss man alles von Hand. So, komm. Oh. Oh. Bitte, bitte, bitte. Bitte, 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 bitte. Ich bin aufgeregt, Entschuldigung. Oh, es dauert tausend lange, hätte ich das gewusst. Ja, da kommt der Kollege, der kann das gleich wegtragen. Das ist super. Hier kommt die alle ran, das ist super. Oh, wie lange dauert denn Mitril? Das ist ja furchterlich. Da haben wir es. Es... Ah. Ha? Hat sich das gelohnt? Hat sich das gelohnt, meine Damen und Herren? Nimmt das mit? Komm, nimm es mit. Richtig gut, das ist hier durchädert. Das gucken wir uns gerade noch an. Achso, ich habe noch den Johnny. Komm, bring es ran. Bring es ran. Hä? Ah, das Teleportieren dauert ein bisschen. Ja, kommt's. So. Ist ja auch nur... Gold, ne? Gold war schon cool. Gold war cool. Aber Mitril, ich bitte euch. Ah, ist das ein Ende für eine Folge? Daraus bauen wir nächste Folge wahrscheinlich noch nichts. Aber im Laufe der Zeit auf jeden Fall. Nächste Folge angeln wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr. Jetzt wissen wir ja, wie es geht. Gibt's super. Wie immer. Danke fürs Zugucken. Und bis gleich, ne? Und bis gleich, na? Ne? Und bis gleich.